Du sollst aufhören, da habe ich gesagt. Ich halte mir beide Ohren zu, das siehst du doch. Wie bitte was? Du folgst nicht. Aha, so. Ja, ich bin's, der Purmuggel. Nein, ich darf nicht telefonieren, sonst darf ich nicht an den Tierpark und der Meister Eder ist dann zu zornig, weil dann der Auftrag weg ist. Nein, nein, ein Kind bin ich nicht. Ich bin der Purmuggel und der ist jetzt auch nicht am Paparat, sondern bloß daneben, weil der Horcher heruntergefallen ist. Und ich kann nichts dafür und bitte, kann der Meister Eder nicht morgen doch eine Stunde später kommen, sonst sind wir zwei Mark dreißig ärmer und müssen... Du warst aber ein Engelchen. Was, ein Engelchen? Ich? Oh, ho, ho. So, jetzt gib mir mal den Meister Eder. Ich muss ihn sprechen wegen dem Torschuss. Wirklich einen Torschuss kriegen oder können wir in den Tierpark? Sag ihm, er kriegt den Auftrag doch, ja? Ja, das sag ich ihm. Ja, wir sind nicht ärmer, Affen toll. Möbel machen muss der Meister Eder. Ja, und ich mach ein schönes Gedicht. Wirklich einen Torschuss�에서. Das kam er so zu einem Gud, immer noch nicht hilfreich, wenn man experimenterõen ist heute. Mann istملhaft? Votre Operation-Alto-Fone-Fone-Fone-Fone-Off-acter.